Also wir leben wirklich in einem ganz besonderen Universum, das unglaublich einfühlsam ist und unglaublich mutig. Wenn die Menschen das nur mal erkennen würden, dass der Mut im Universum der dominant ist, dass es nichts anderes bedürfte, als welchen zu haben, weil er aus dem Universum ist, dann ist man natürlich hinterher platt, wenn man dann auch noch das Ergebnis vor Mut geliefert kriegt. Ich habe mich fallen lassen und ich bin aufgefangen worden. Ich wusste gar nicht, dass ich mich wirklich fallen lasse und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich aufgefangen werde. Das ist Mut. Ich habe mit gar nichts gerechnet. Ich habe etwas gemacht, was fast unmöglich ist. Ich habe gelebt. Und das stolze Ding ist, es geht weiter.